Liebe Zuschauer von Punkt 1 Oberlausitz TV, wir begrüßen Sie heute auf das Herzlichste im Kulturhauptstadtbüro in Zittau. Ein spannendes Jahr 2019 liegt hinter uns. Ein Jahr voller Höhen und Tiefen, das war bei Ihnen sicherlich genauso wie bei uns. Wir hatten Freude, wir hatten Leid. Zittau hat sich aufgemacht Kulturhauptstadt Europas zu werden. Wir alle wissen, leider auf die letzten Millimeter hat es nicht geklappt. Aber wir bleiben, was wir sind. Kulturherzstadt. So viele gute Ansätze, so viele Initiativen, so viele Ideen, das gilt es fortzuführen. Und besonders hat uns auch gefreut, dass unsere Nachbarn in Europa, nämlich unsere polnischen und tschechischen Freunde, uns unterstützt haben. Und deshalb sagen wir in diesem Jahr nicht nur frohe Weihnachten, sondern auch Bis jetzt, wie Sie wollen. A Vesele vanoze, a Stjastni Novirok.